Yo Leute, wir sind in der Welt zurück zu Star Challenge und der Spasti redet von mir rein. Oh, hallo Zett, hallo? Ja? Ach, Zentus. Ja, okay. Ja, aber mach. Zentus, wir suchen jetzt zusammen eine Katze. Ganz wenig und ne... Boah, leckt das. Warum leckt das so? Zwei FPS? Vielleicht musst du erst mal sieben Minuten... Äh, ich hab keine Rückmeldung von Minecraft. Minecraft war dir abgeschmiert? Oh, ja. Cool. Ist halt so, ne? Ja, Minecraft ist... Minecraft ist grad abgeschmiert. Bin zu übermütig. Ja. Naja, einfach direkt... In die Oka jetzt. Aber jetzt muss ich Musik abmachen. Wie ist sie mich dann ausgegangen? Der macht Musik ab. So. Hab grad gewundert, hab gejoint und dann... Ja. Ist halt so. Boah, Zentus, ey. Geh zum Arzt. Ja, ne, boah. Ja, guck, weil du wie diese komischen... Sumpenkracher da gegessen hast. Ich hab was gefunden, Waffe. Ja, genau. Ja. Mit Wasser kann man sich nur ertränken. Na, das tust du ja auch. Nee. Was wirst du? Nein. Ach, nein. Doch. Ha. Nein. Ha. Doch. Oh man, voll die Minutenverschwendung. Boah, Junge. Oh, Mädel. Kauf dir mal einen neuen Hals. Ne. Ah, ne, kauf dir am besten gleich einen neuen Kopf oder so. Du, mich ja auch. Ach, Schloch. Danke fürs Kompliment. Aber wein bitte gleich nicht, okay? Der weint immer gerne nach Aufnahme. Ich muss ihn dann immer trösten. Das ist ja gerade der Richtige. Ja. Ich hab halt Gefühle. Du. Aber nicht für dich. Oh, ha, ha, ha. Seit wann hast du Gefühle? Ich hab immer Gefühle, okay? Glaube ich dir nicht. Ja, okay. Ja, okay. Miau, 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 miau. Ja, wenn ich mal ein Miau, miau finden würde. Ich ändere gleich mein Ziel einfach. Ich ändere das einfach bei der Sparksliste einfach um. Ja. Das kostet mich an. Und was willst du das denn umändern? Hund oder Katze. Ja, klar. Mann, das ist doch nicht wahr. Wie du das Schummler, Leute, ne? Ne. Soll ich mal schummeln? Dann würde ich mir eine Minimap draufziehen. Ja. Ich geh ins Nether. Viel Spaß. Wohl. Ich brauche meine Schuhe. Hörn die. Hörn die. Hörn die. Meine Schaufelnachse brauche ich ja nicht. Doch. Sag dir mal eben Soulcent noch. Damit du den Vizzer besiegen kannst. Hab ich davon nicht genug. Kann ich auch mit dahinter bauen. Das kannst du, glaube ich, auch. Einen habe ich davon. Na, guck. Boah, es geht vier Stück. Kannst du schon mal mit eins. Zwei. Hab ich. Du brauchst immer noch zwei. Ja. Ach, Kira. Ja. Und Vizzer Köpfe. Bauer ich. Vizzer Köpfe. Einen habe ich ja schon. Zwei fehlen nur noch. Boah, jetzt sind sowas. Ehrlich. Na, sei froh, dass du mit Vizzer ein einfaches Problem hast. Anstatt mit scheiß Katzen sich hier rum zu ärgern. Die flitzen ja auch nicht, weil sie in Massen rum. Neu. Neu. Spont die Hotzone so selten. Wenn du die Flitze findest, dann findest du manchmal doch zwei Stück. Ja, schön. Aber auch nur, wenn du die Flitze findest. Ja. Ja, jetzt habe ich meinen Magma Cream und da unten ist so ein riesen Magma Slime. Ja, kriegst aber auch nicht mal welche. Neu. Rausch. Und tschüss. Jetzt ist es weg. Ist in die Lava gesprungen. Ja, jetzt sagt er, die laufen nur eine Richtung, weil die dumm sind. Ne. Ah. Ah. Wuff. 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 Komm her, Mietz, 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 Mietz. Was, ne Katze? Ja, nein. Hau nicht ab. Ich warne dich. Ich boxe dich in die Wallachai. Boah, Mietz, Mietz. Ne, komm her. Weißt du, wie lustig ich das finde wieder? Warte mal, wie ging das nochmal? Muss ich mich dann noch ranschleichen oder warten, bis sie kommt? Sneaken. Einmal ne Runde sneaken. Ich sehe sie immer noch. Jetzt wird es dunkel. Jetzt wird es auch noch dunkel. Ja. Es hat jetzt an sich, dass es dunkel wird. Ja, schön. Wenn ich jetzt einschlafe und die Katze werden, ich finde, raste ich hier in dem TS aus. Ich glaube, das ist normal, dass es dunkel wird. Ach komm, leck mich doch. Jetzt ist die Katze weg, oder was? Ja. Schön, ne? Dann suchst du sie mal wieder. Wo ist sie? Huhn, verrat mir, wo die Mietz-Mietz ist. Da ist sie. Da ist Mietz-Mietz. Mietz haut nicht ab. Mietz-Mietz-Mietz. Mietz, komm her. Mietz. Katzenvieh. Autsch. Gas hat mich gerade voll getroffen. Ja. Mietz-Mietz liebt mich. Mietz-Mietz liebt mich. Mietz-Mietz. Mietzchen. zieht ist glaube ich behindert da muss doch nur mietz mit was muss man mit mit eigentlich geben nur fleisch hier habe ich jetzt gegeben aber hat das da nicht so ein halsband und sitze ich dann nicht vor dich oder so ja aber das packt man so ein bisschen rum merke ich so ein bisschen aber jetzt haben keine pfeile scheiße die alle bei den guards schon ein bisschen verballert oder mit mir zu willst du mich in so einer scheiß wenn man kein mietz mit zu 10 nicht da kommt er schon wieder ein gerast naja aber mit mit fisch oder gekochten fisch ein fisch mit dreht sich aber nur im kreis und macht nur herzen das ist doch eigentlich damit die sich verlieben aber ich dass es ein gern hat nein du musst echt fisch geben dass die einen rohen fisch ne ja aber das macht ein zeichner herzen auch sonst hat doch immer ein halsband um ohne witz eigentlich ist das ja eigentlich richtig wenn die herzen gezeigt werden dann hast du die und dann kannst du die ja aber die haut dann immer von mir ab wenn ich näher komme komisch vielleicht will das bei dir nicht vielleicht mag es dich nicht egal ich ziehe das jetzt als ziel ich habe eine mit gefunden ich habe der fisch gegeben ich kann mich mal jetzt am super lee lecken und zucker lee scheiß katzen 4 naja der flash der spinnt das kann mich doch nicht so einfach hier verarschen wo die ganzen gast hier ne echt 3 stück schon wieder 3 verdammte gast ich habe was anderes zu tun als seine scheiß mitz mitz einzufangen hallo 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 gast warum bewegt die scheiß fischer die ganze zeit ehrlich jetzt weiß ich nicht mehr wo die mitz mitz hingegangen ist aber ist das was das ist jetzt das ziel ist gewertet was deine hose ist das nein eigentlich nicht das ist aber unfair das muss dir wirklich hinterherlaufen ach halt die fresse nein halte ich nicht das zählt nein sei kein spielverderber doch für mich zählt das nicht ach egal ich habe nämlich nichts mitz jetzt gefunden schön ich bin doch nicht zum geier hier ouch ich brenne hoffentlich stirbst du genau voll durch das feuer gelaufen wow das kam gut geflogen ehrlich mitz 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 ja und hab keine pfeile um scheiß Gas zu schießen ooooo soll ich drauf steck und halbbacker ja toll hä wo wach da oben ja ne am arsch mitpifa wo kommen denn die ganzen gas jetzt mit einmal her der f*** dich doch boh ey ist das schlimm grad boh ey ist das schlimm grad boh wisse skelette da sind welche aber das scheiße draußen zu töten hey dieser skelette kommt mit kommt bei fuß schön dass wir drin gehen dass sie nicht runter fliegen die braucht bestimmten gebraten fisch nein brauchen die nicht brauchen ganz normale fische hohe fische egal welchen fisch ja sicher eigentlich ja was hast du denn für einen normalen fisch ja und das reicht ja eigentlich jetzt hast du schon zwei stück gegeben verarscht ein ja und die herzen sind dafür da eigentlich dass die zum paaren bereit ja deswegen ja also da ist irgendwas falsch mit einer aussage wäre das viel schon naja du willst aber nicht immer wegrennen ja deswegen ja wundere ich mich ja deswegen sage ich ist ja das ziel gewertet eigentlich ja als herzen eigentlich aber auch nicht wenn das herzen aufweist dann mag es mich schon ja ich kann jetzt noch mal mit mir jetzt ein fisch geben aber muss es wieder runter springen jetzt so ist jetzt mit sich hingegangen die katze jetzt hingegangen die rotzifatzi katz spiel verarscht ein jetzt kommt noch ein bescheid und ganz viele magma slimes die kill ich doch jetzt ja toll was habe ich bekomme magma slimes die hat jetzt nichts ich sag auch nichts dazu ja noch magma slime ist klar jetzt finde ich scheiße wenn man es nicht mehr braucht dann findet man die dricks dinge massenweise sterb kommt aber irgendwas konnte man doch mit magma slimes ja irgendwas konntest du auch machen ich glaube braun ja ich denke man kann eigentlich braun braun und ich kann nicht damit hauen ja kann ich auch da stehst du ja da stehst du ja drauf hast du ja jemanden fette rüstung und zwei gold fette rüstung ich finde es ist so oft da drinnen ja boah wo ist die junge kürze hingegangen ach man und eine halbe minuten noch ja ich hake einfach gleich das verdammte ziel ab eigentlich musst du ja die gehörte ja aber das ist ja auch komisch irgendwie packt das herum mhm das finde ich ja dann nicht lustig dann ist gar nichts lustig alles was ich lustig finde findest du nicht lustig ah hehehehe weiss ich bin wieder gemein zu ihr es spackt wirklich rum hatte ich schon wieder herzen du bist doch kacke man das kotzt mich an mietz-mietz ist scheiße findest du bist du gemein zu mietz-mietz ne das ist einfach nur gemein das ist voll die verarsche hier ja ich fang jetzt nochmal nen fisch geh nochmal mietz-mietz hinterher aber dann ist Ende gelände Ende im gelände in dem gelände in dem gelände wow sowas kannst du sagen ja individuum auch sagen kann aber die leichten nicht genau es ist auch normal es ist halt so ein bisschen bitte noch ein fisch an hallo du 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 und damit würde ich sagen bis zum nächsten mal bei challenge tschüss